Yo! Hi Leute, hier ist euer Mr.Gant. Mein Name ist Rafael und willkommen zu einer weiteren Adverti-Folge. Wir haben Glück, dass hier nicht drei Krieger, dass ich kein Krieger bin. Bankai-Fighter, okay. Setz dann an einem Bankai ein. Wer weiß aus was für ein Anime dieses Bankai kommt. Oh, er hat es richtig abdingt. Immer mitdenken. Oh, ich hab auch mein... Genau deswegen kam ich ohne SP. Aha, ohne SP. Was wenn alle drei Schwerti sind? Dann hast du verkackt. Noob. Noob, 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 noob. So, dann wenn wir es mal... Ah, ich will aber nicht. Was machst du? Dann Pech. Ja, dann Pech. Heftig. Okay, das ist bis heftig, aber okay, doch. Alter, wie wie der mir zieht. Ja, geschafft. Hey, ich muss sagen, läuft für die erste Runde. Weiß nicht, wie viel Runden denn da jetzt überhaupt kommen. Ja, komm, der macht der unsichtbar. Der macht aber ziemlich viel. Nein, nein, lass ihn. Lass ihn wohl. Ja, komm, du musst dich doch nicht hier nicht verstecken. Immer diese Speer, die sich nur verstecken und anderen... Aber das ist so, das ist eine Herausforderung. Und ich kann da leider nichts machen. Okay, doch, ich kann schon was machen. Ich kann nicht hier. Oh mein Gott, der wird mich so ficken. Ja, ich hab so wie... Hä, hab ich keine Ressi an? Ja, man kann der Buddha ist gerade im Zimmer. Deshalb hab ich mich gerne umgeschalten. Und, wie geht's dir, Fabian? Gib mal Check. Yeah! Gib mir nochmal Check. Yeah! So ein cooler Typ. Äh, den muss ja. Ja, was? 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 Wieso, wieso, wieso verziehst du so ein hexisches Gesicht in das Spiel, hä? Oh, sie... Oh, nein, 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 nein. Das ist ja dieses... Okay, wir haben verloren. Dann zur weiteren Runde. Leute, hier, ähm, zu ohne 2. Ich glaube, das wird auch die letzte Runde sein. Ähm, da ich, ja... Mein kleiner Bruder ist hier gerade voll... Wie soll ich das sagen? Ähm... Ähm, ne? Oder Kakason. Halt, ähm, ja, 2001 kam das raus. Also, kein Computer-Spiel, sondern ein Brettspiel. Und das Spiel ist ziemlich gut, muss ich euch sagen. Und, ähm, ja. Jetzt schmolte rum, weil ich es nicht gegeben will. Ganz genau. Ja, jetzt muss ich hier so... Die letzte Runde ist leider verloren. Aber, das packen wir schon. Ähm, ja, es kamen ja die letzten 2 Wochen kaum Videos raus. Ähm, es kamen ja keine Videos raus. Weil ich in der Schule war. Und so weiter und so fort. Ganz genau. Also, ich glaube, wir gewinnen das easy. Ähm, ja... Ach komm, die sind alle unter 90. Das ist so unfair. Also, das macht auch keinen Spaß, wenn wir... Jetzt so richtig easy... Hier, vielleicht gewinnen. Das ist halt keine Herausforderung eigentlich. Ja, komm, da ist Diggoo. Ja, komm, da ist Diggoo. Da kässtet er gar keinen Damage. So gut, wie gar keinen Damage ist eigentlich. Aber das hat ein bisschen kässtet. Ja, komm, mit den 93 Damage und so. Was sollen wir denn da schon machen? Ja. Jo, gewonnen. Dann zur Runde 3. So, ja, paar Minuten später haben wir jetzt gleich ein Team gefunden. Das ist ziemlich gut. Und wir haben einen unter 90. Oh my god. Okay, das wird, glaube ich, jetzt hart. Was werden wir schon schaffen? Das war hier. Und das auch. Genau. Er geht jetzt nicht ran. Ich weiß nicht, was er von mir will. Deshalb gehe ich da nicht ran. Ähm. Ja, ich werde auch wieder Livestreams machen. Wahrscheinlich dann am Dienstag wieder einen. Das Video kommt dann jetzt munter raus. Und am Dienstag werde ich wahrscheinlich dann eins machen. Ähm. Genau. S1 war ich. Ich quesse dann weiter bald. Ich will bis 90er Quest kommen. Im Stream. Und dann war es das jetzt dann auch mit S1 Streams. Danach werden dann Streams auf S4 weiter kommen. Ja, dann sieht er halt, wie ich dann so normal sowas mache. Äh. Ja. Also, wie man halt schaffen kann. Auch wenn man von dann anfängt. Auch Sachen zu bekommen. Also, zum Beispiel. Kippenmäßiges und so weiter. Ich habe jetzt glaube ich auf S4 jetzt schon 300k bar. Ist schon etwas. Ähm. Ich spare da gerade auf. Auf irgendeiner Spar ich da gerade. Aber ich weiß nicht mehr auf was. Oh mein Gott. Bankai Fighter wieder. Okay. Den Typen, den gebe ich erstmal hier. Ja. Weglaufen, oder? Oh ja. Erstmal hier so richtig Ressi reinhaut. Also, zumindest der haut jetzt hier richtig Ressi reinhaut. Oh mein Gott. Ich werde gerantet gestarrt. Achso, die gehen alle auf mich. Ich bin tot. Oh Mann. Ja, was soll ich denn da tun? Ich habe, ich muss mich echt auf 93 leveln. Aber wie gesagt, also ich will erstmal die Quests schaffen. Dann bin ich Level 92. So mit 20 Prozent und so. Und dann den Rest leveln. Ja, genau. Das ist so meine Idee. Ja, ist so ein Fick. Ganz ehrlich. Es sind alle 90. Ich bin der einzige 90er in dem Team. Wir haben einen. Nein. Unter dem Level. Was habe ich denn da für Ressi an? Oh, 70er. Ja, was soll ich denn tun? Dann komme ich jetzt dran. Komme ich überhaupt noch dran? Achso, der lebt da noch. Wenn ich dachte, der wäre jetzt tot. Sender kann sein. Ähm. Ich. Warte, ich glaube, den greife ich dann jetzt an. Genau. Boah, dieses Blöde hier. Ah, der stirbt jetzt. Der stirbt. Nein, ich habe wieder. Meine Güte, ich hatte Glück. Ah, fuck. Fuck. Ja, jetzt hat sie gerade gesehen, was ich gerade einsetzen wollte. Ja, okay, das überlebt. Äh, hat das überlebt. Ähm. Ich hoffe, dass jetzt jemanden ruft. Ich glaube, der ruft gar keinen. Oh, doch, der ruft. Macht trotzdem damage. Oh, EC. Nein. Ob wir S4, wollte ich ja noch. Aber sie macht mir sogar damage. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die macht mir wirklich damage. Nein. Ich bin so schlecht. Ich muss echt auf 93 kommen. Meine Güte, habe ich. Ich habe den einen verloren, der es ist besagt. Ja. Okay. Kann passieren. Kann passieren. Aber wenn ich der einzige 90er in dem Team bin, was soll ich denn tun? Oh. Oh. Ruf mich. Aber nur mich. Nur mich. Weil ich bin ja mit Adidas. Nicht gerade. Hey, wieso? Wieso? Wieso fail ich die ganze Zeit? Hör doch ab, Adidas. Ruf. Oh mein Gott. Ich glaube, das könnten wir nur noch schaffen, wenn ich nochmal den 20er habe. Oh, die läuft gleich dahin. Okay, ich muss gleich stunnen. Ja, wir haben noch gewonnen. So muss man gewinnen. Okay. Das war's jetzt auch. Das war ein kurzes Video. Ähm. Ich hoffe, für euch hat's gefallen. Und, yo. Viel Spaß am Tocken. Lasst euch nicht abschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.